Ich kann es noch gar nicht glauben, das ist so unwirklich. Ich müsste ihn ja jetzt eigentlich verachten nach all dem. Aber das kann ich nicht und werde es nie können. Dazu habe ich ihn zu sehr geliebt. Sie sollen ihn noch gar nicht verachten. Sie müssen nur versuchen zu vergessen. Und glauben Sie mir, Sie werden vergessen. Wenn Sie erst mal wieder zu Hause sind. Ja, ja, Sie haben recht. Man kommt über alles hinweg. Aber manchmal ist es nicht leicht. Ich danke Ihnen. Kopf hoch. Aber alles Gute.